Hallo Leute, Willkommen zurück bei Dungeons 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen hier direkt loslegen, würde ich mal sagen. Ich bin gerade mal überlegen, wo wir als nächstes Gold abbauen. Ich würde mal sagen, hier sieht das eigentlich alles recht gut aus. Joa, ansonsten läuft es eigentlich ganz gut hier bei uns. Geld haben wir auch, ja, alles klar. Ich weiß nicht, was wollten wir denn so forschen? Erstmal, ah ja, meine ganzen Kreaturen müssen erstmal wieder hochheilen. Golundruhl hatte uns gestern nämlich auf einmal... Ah, hier bin ich schon zu Max, okay. Wie viel habe ich hier? Oh ja, ein bisschen Bösartigkeit haben wir schon, sehr schön. Können wir hier noch irgendwas Schönes forschen? Haben wir schon. Mana-Schrein. Verbesserten Bau-O-Maten. Brauchen wir eigentlich nicht, wir haben sowieso genügend Kisten. Arena haben wir schon. Wir könnten mal diesen Mana-Schrein, obwohl der kostet nur Geld. Ne. Dann würde ich sagen, lieber verbesserte Kapazitäten. Tüftlerhöhle. Auch nochmal. Und nochmal, ja, Bierbrauen läuft gerade eigentlich ganz gut. Stapellagerung, ja. Ach, scheiße, der kann ja immer nur eins... Dann machen wir hier. Das, genau. Okay, läuft. Sehr schön. Okay, äh, es kommen gerade Helden. So wie ich mitbekommen habe. Haben die einen Knecht? Ja, die haben einen Knecht. Wie steht es um unsere Fallen? Na ja. Geht, ne? Naga-Königin haben wir. Org-Haupt-Männer haben wir. Fels-Werfer haben wir. Ja, ich überlege halt, ob wir hier doch nochmal vielleicht uns eine Einheit holen. Obwohl wir haben gut geforscht jetzt in letzter Zeit, ne? Wir haben wirklich gut geforscht. Die Nagas können schneller heilen und haben mehr Mana dazu. Und die Orks... Komm, wir nehmen nochmal zähe Orks dazu. Das können wir hier noch. Vielleicht irgendwas anderes. Ändert Orks daran, weniger Baby-Puder zu verwenden, um ihr natürlich ledrige Haut zurückzuhalten. Erhöht die Rüstung aller Orks. Ja, warum nicht, ne? Rüstung und noch mehr Lebenspunkte für Orks. Das klingt in meinen Ohren wie eine Win-Win-Situation. Für die Orks zumindest. So, die dürften doch jetzt erstmal schön in die Falle reinrennen, oder? Warten die auf diesen... Ne, die rennt volle Kanne rein. Okay. Ja, damit sterben dann schon mal die Ersten hier. Oh, sie geht da auch wieder rein. Kassiert die noch? Ja, hat noch kassiert. Okay, die beiden werden dann, denke ich, auch kein Problem sein. Wenn der jetzt hier die Falle macht, geht er zunächst zu der und die rennen jetzt schon in die nächsten Fallen rein. Also, wenn die sich jetzt hier gleich wieder aktiviert, dann gucken die richtig blöde aus der Wäsche. Aber hey, ich will mich ja nicht beklagen. Ja, siehst du, da kommt die Falle nämlich schon. Wahrscheinlich gehen die jetzt drauf. Spätestens, wenn die andere angeht. Ach, ehrlich, die eine... Oh, Mann. Die eine hat's nicht erwischt. Äh, hier, guck mal her, ihr lieben Orks. Kümmert euch mal hier um den kleinen Bengel. Einfach nur so, weil wir's können. Den haben wir fertig, Leute. Den haben wir richtig fertig. Dem wird der Hintern versohlt, aber sowas von. So, okay, sehr schön. Dann lasst uns jetzt, äh, zum erneuten Angriff blasen. Oh, er hat Blasen gesagt. Äh, ja. Ne, den brauchen wir nicht. Ihn hier nehmen wir mit. Hab ich noch irgendwo einen Ork? Ja. Hier, Naga nehmen auch mit. Alle Nagas und alle Orks bitte an Bord hier. Keine Naga, kein Ork, kein Troll. Alles klar. Ja, dann raus mit euch an die frische Luft. Und dann wird hier gleich mal hoffentlich, äh, Golundrul getötet. Wir haben so schön geforscht jetzt extra. Ich hoffe mal, dass das jetzt klar geht. Dass wir Golundrul jetzt ordentlich den Hintern versohlen. Ah, nicht, dass die da nachher noch drauf steht oder so, ne? Das wär ziemlich uncool. Das wär ziemlich uncool. So, ich bin gespannt. Die Olle da oben, da kommen schon wieder ihre scheiß Elementarwesen. So, warte mal, dann warten wir hier eben. Machen die Elementarwesen kalt. So, wo ist die Golundrul denn jetzt hin? Ah, da. Da ist sie. Okay, komm, Angriff auf die. Alle auf die. Die steht gerade so schön alleine da. Die kriegen wir jetzt, oder? Ihr habt mich noch nicht besiegt. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Der erste ist schon wieder umgefallen von uns. Ah, das Questziel scheint jetzt aber erfüllt zu sein, wenn ich das richtig sehe. Okay, hier, Angriff. Mach die Pixies fertig. Und jetzt können wir auf jeden Fall ein paar Häuser zerstören, Leute. Kommt schon, Nagas, ihr müsst schneller heilen. Geht doch. Häuser zerstören. Hier will ich diese Stadt hier brennen sehen. Naja, eigentlich würde ich gerne sehen, wie die Stadt komplett am Boden liegt, aber das scheint keine Option zu sein. So, da sind wieder ein paar Helden. Machen wir erstmal die Heiler kaputt hier. So, sehr gut. Läuft bei uns. So, der nächste Heiler down. Da kommen wir jetzt aber gut durchgemoscht hier. So lobe ich mir das, ne? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Guck mal, hier sind noch mehr von diesen kleinen Pixies. Erstmal die Pixies fertig. Da kommt doch nicht schon wieder Golundrol. Ey, ich kriege die Pimpernel mit der Alpen. Kann meine Orks jetzt nicht von der Front abziehen, oder? Ja doch, es sind nur noch Pixies über. Los, hier oben alle angreifen. Oh Gott, die ersten Nagas sterben gleich. Kommt schon, haut sie weg. Okay, hat geklappt. So, hier den kleinen Zwerg. Oh, da sind noch die Elementare. Gar nicht gesehen. Und die Nagas könnten jetzt mal schön hochheilen. Eine Einheit von uns ist übrigens wieder down. Okay, komm, wir machen erstmal die Burg hier kaputt. Hat ja gut geklappt. So, die Nahkämpfer können hier zum Turm gehen. So, und die Nagas sollen wir schön heilen. Aber erstmal hier noch ein paar Häuser zerstören. Dann bekommt ihr gleich die Gelegenheit zu heilen, meine lieben Nagas. So, kommt her, kommt her. Stellt euch mal hier auf. So, 10 von 17 Häusern. Das war auf jeden Fall schon meine Hausnummer. Ach, der lebt noch. Dachte, der wäre schon tot, irgendwie. Ha, weiß auch nicht warum. Nicht schon wieder. Kann aber wirklich nicht ihr Ernst sein, oder? Okay, alle auf sie. Ich komme wieder, keine Frage. Lalalalalala. Golundrol geht mir auf den Sack. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Naga down. Naga down, Naga down. Okay, komm, dann machen wir hier weiter mit den Häusern. Ich würde gerne jetzt da vorne direkt auch noch das zerstören, wo Golund... Hier kommt Golundrol dann dauernd wieder. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier alle Häuser kaputt machen. Dann gehört die Stadt quasi uns. Und dann kommt die Olle nicht mehr. Ist jetzt das, was ich mir zumindest erhoffe. So, alles kaputt, Mann. Hier die Burg vor allem. Nicht, dass da wieder... Oh, da kommen wieder Leute. So, jetzt dürfen die gleich heilen, die Nagers. Oh, siehste, wusste ich's doch. Jetzt kam hier direkt eine Heldenarmee raus. Das ist natürlich richtig unsexy gewesen. Aber egal, meine Armee müsste es hinkriegen, hoffe ich. Tötet die Pixies. Vorsicht. Oh, keine Nager, ja. Habe ich schon so kommen sehen. Nein, jetzt ist die Olle wieder da. Kommt her. Ihr müsst euch drehen. Okay, sehr schön. Und jetzt alle auf Golundrol wieder. Ja, es könnte sehr schwer werden. Ne, kriegen wir. Das kriegen wir. Komm, das kriegen wir noch. Ihr habt mich noch nicht besiegt. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Miauts. Stimmt genau. So, komm, jetzt die Burg kaputt machen. Dann die Häuser. Und dann dürfte Golundrol, glaube ich, nicht mehr wiederkommen. Hoffe ich jedenfalls. Irgendwann muss die Olle doch mal Ruhe geben. Hat die nichts Besseres zu tun? Hat die keine anderen Hobbys außer Grants zu nerven? Kann er nicht angehen. Zwei Häuser noch. Hier oben. Die beiden Häuser. Dann haben wir es. So, jetzt ist hier mal Ruhe im Puff, hoffe ich. Das letzte Haus in der Oberstadt von Königsschlund war zerstört. Es war nun an der Zeit, das Problem mit der Elementarwächterin Guludrohul ein für allemal zu beseitigen. Permanent. Okay, da ist sie. Dann schnappen wir uns die alte jetzt. Zum wiederholten Mal. Mit einer flammenden Rede machte sich die Elementarwächterin bereit für das letzte Mal. Ach, die stirbt. Das bedrohliche Böse hat sich unbeeindruckt. Und schickte seine Schergen voran in den Kampf. Komm schon. Macht sie fertig, bitte. Sauber. Ich meine, nach einer harten Schlacht ging die Elementarwächterin letztlich zu Boden. Ihre Wacht war zu Ende. Nun stand lediglich noch der Halbgott als letztes Bollwerk gegen die Mächte des Bösen. Nur noch Kretos, Leute. Also, ich würde gerne aber, warte mal, obwohl... Du glaubst, das ist das Ende. Doch tatsächlich ist es erst der Anfang. Bam, 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 bam. Hört denn das Gequatsche bald auf? Wenn ich esoterisches Gelaber hören will, gehe ich zum Naturheiler und lasse meine Krankheiten auspendeln. Aber gut, wenden wir uns wieder der Geschichte zu, wie ihr Königs Schlund vernichtet habt. Haltet eure Stellung! Haltet eure Stellung! Schöne Königs Schlunds, meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, an dem der Mut der Allianz erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Nein. Heute kämpfen wir bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde. Sage ich, halt den Stand, Krieger der Allianz! Mit einer fulminanten und geklauten Rede schorrt Rötos, der Halbgott, die Krieger auf die letzte Schlacht gegen das Böse ein. Hier war sie nun, die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse, der finale Kampf. Das beeindruckende Ende eines Spiels, das wahrscheinlich nur 10% aller Käufer überhaupt erlebt. Die epische Auflösung einer Geschichte, für deren Umsetzung mehrere Menschen einige Nächte durchgearbeitet und 800 weiche Bleistifte und 67 Radiergummis ihr Leben gelassen haben. 67! Nun ist es soweit. Jetzt war es an den Kreaturen des wutschnaubenden Bösen, endgültig Rache zu üben. Okay, ich würde mal sagen, wir werfen schon mal einen kleinen Blick hier rein. Ich weiß, dass meine Armee jetzt... Oh, scheiß, die wandern. Komm schon! Wir probieren noch so viele Leute mitzureißen, wie wir einfach nur können. Meine Armee ist nämlich schon sehr angeschlagen. Wir haben nur noch eine Nagerkönigin dabei, also nur noch eine Heilerin. Dementsprechend könnte das hier ziemlich schwierig werden für uns. Wir probieren es trotzdem, zumindest noch mal ein bisschen was... Töte mal bitte die Bixi da oben, die nervt. Zumindest hier ein bisschen wie, äh, ein bisschen was an Gegnern mit in den Tod zu reißen. So, jetzt geht man hier hoch und macht die Türme vielleicht noch. Wenn Türme noch schaffen würden, das wäre geil. Okay, komm, die Türme hier. Mach die Türme. Okay, 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 und jetzt passt auf. Was? Das kann... Kann nur in eigenem Gebiet verwendet werden. Okay, rennt zurück. Ach, shit. Und schon sammelt euch. Zack! Teleport! Haha, ich bin Traitor. So, okay, damit haben wir sie jetzt erstmal wieder in unseren Dungeon verfrachtet. Der eine Troll hier wird jetzt auf jeden Fall direkt zum Juggernaut upgradet. Hier, Troll-Juggernaut. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Wir können hier jetzt bestimmt weitere Forschungen auch noch vorantreiben. Ja, hier, verbesserte Waffen und so weiter für die ganze Horde. Das ist geil. Und, äh, neue Fallen. Blitzableiter. So einen Blitzableiter würde ich gerne mal erforschen. Den habe ich nämlich noch nie gesehen, muss ich ja mal gestehen. Hier nochmal ein bisschen Dingens. Und hier ist noch richtig schön viel Gold. Zahltag. Oh, das ganze Gold haben wir hier schon abgegraben. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ging ja schnell. Da waren meine Schnodderlinge ja mal richtig fleißig. Zahltag kostet jetzt schon 730. Das ist schon eine gute Hausnummer. Also, Respekt. Respekt. Und, äh, ja. Dann würde ich sagen, Leute, lasst uns an dieser Stelle doch erstmal einen Cut für heute machen. Wir haben auf jeden Fall Gulundru besiegt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig gewesen. Und, äh, ja. Jetzt fehlt nur noch Krötos, der Halbgott. Aber auch der. Er wird früher oder später noch, äh, in den Staub liegen. Und, äh, ja. Richtig gefressen haben. Also, Leute, seid mit dabei im späteren Part hier bei Dungeons 2. Bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage einfach mal, bis später. Haut rein. Also, wir haben longerван. Bis dann. Vielen Dank.